Im prachtvollen Rahmen von Rheinen Taufers, einer der schönsten und bühnenreifsten Dörfer des Arntals, schauen wir uns das Hotel Berger an. Die Räumlichkeiten des Hotels sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Kombination von antiken Möbeln, Schnitzereien und schmiedeeisernen Werken vermitteln Tradition und Wärme. In diesem hellen, mit Holz getäfelten Saal finden Sie Ihr Frühstücksbuffet. Die Zimmer, in denen das helle Holz im Kontrast zu den roten Stoffen steht, sind groß und hell und mit modernsten Komfort versehen. Im ältesten Teil des Hotels, bedenkt ist es über 100 Jahre alt, gibt es fünf Zimmer, die in einem besonderen Stil eingerichtet sind. Durch die Bar gelangt man in den Stubensaal. Hier werden Ihnen zwischen Latschenholz Gerichte aus der italienischen und Tiroler Tradition serviert. Und im Winter werden sie von der traditionellen Stube gewärmt. Aber das beste am Berger ist sicher seine Beauty-Forn. Hier gibt es viele Behandlungen, ayurvedische Massagen, Gesichtsmassagen, entspannende Honig- oder Heubäder mit dem Heu von der Bergersennerei. Hier werden Sie Ihr psychophysisches Gleichgewicht wiederfinden. Aber lassen Sie uns sehen, was man im Freuen machen kann. Unter den vielen Aktivitäten, die man hier ausüben kann, ist Nordic Walking sicher eine der neuesten und gesündesten Sportarten. Ins Angebotspäckchen des Hotel Berger gehört auch dreimal die Woche ein Nordic Walking Lehrer.